Jo Leute, herzlich willkommen zurück zu einem weiteren Video. Wir müssen ein paar Sachen besprechen, weswegen ich mich jetzt dazu entschlossen habe mit YouTube, ich würde schon so aufzuhören. Es ist einfach ziemlich, ziemlich viel Stress momentan los, weswegen ich gesagt habe, was das Beste für mich wäre, mit YouTube, Twitch und so erstmal aufzuhören für so ein paar Jahre. Was ich danach noch mache, weiß ich nicht. Aber es ist einfach ziemlich, ziemlich viel vorgefallen, weswegen ich mit allen Sachen aufhöre. Das heißt, es wird keine Livestreams mehr geben, keine Videos. Ich werde auch nicht mehr auf Insta aktiv sein. Ich werde einfach komplett damit aufhören und auch den Discord-Server werde ich einfach löschen. Vielen Dank an jeden, wie gesagt, der mich die ganze Zeit begleitet hat, diese ganzen Jahre. Es war echt eine geile Zeit und die möchte ich jetzt nicht einfach so aufgeben. Und deswegen ein kleines April, April. Ey, es tut mir leid, I'm sorry. Natürlich höre ich nicht mit YouTube oder Twitch auf. Digga, Kuss geht raus an jeden, wirklich jeden, der mich die ganze Zeit supportet. Es ist einfach, einfach krank, was für einen Support ich von euch abbekomme. Sei es auf den Twitch-Streams, auf den YouTube-Videos oder auf dem Discord. Wir sind fast top. Also wir sind fast Platz 1. Wir sind einfach fast Platz 1 auf Discord. Wir sind fast Platz 1 vom deutschen Werbeserver. Wenn uns nur noch ein paar Leute folgen, sind wir einfach Top 1 deutscher Discord-Werbeserver. Platz 1 einfach. Ey, vielen Dank an jeden, der, wie gesagt, mich supportet die ganze Zeit. Kuss geht an jeden einzelnen raus. Und nein, ich werde natürlich nicht mit aufhören. Ein kleiner April-Scherz muss sein. Ich habe damals schon einen gemacht, deswegen muss es jetzt auch sein. Deswegen an alle, die vielleicht am Anfang dachten, yo, ich höre auf oder so. Ist nur ein kleiner April-Scherz. Küsschen geht raus. Lasst gerne ein Abo und ein Like da. Und wir sehen uns dann beim nächsten Video. Das wird wahrscheinlich eine Analyse zu Minecraft Legends sein, wo ich ein Bild analysieren werde mit euch zusammen. Das heißt, ich werde mir das Bild anschauen, werde ein paar Theorien ausstellen und gucken, was da vielleicht kommen könnte, was da passieren könnte. Und irgendwann, wenn Minecraft Legends released, schauen wir uns das Ganze dann zusammen an. Das wird das nächste Video sein. Auf Gumbelpappe wird es mit einem normalen Replay-Video als nächstes weitergehen. Und auf dem Pokémon-Kanal kommt ein kleines Short-Video. Und natürlich auf Twitch nicht vergessen und auch nicht verpassen meine Livestreams. Ich habe Bock zu zocken. Deswegen würde ich sagen, haut da rein, habt noch einen schönen Tag. Lasst euch nicht ärgern. Ich wurde heute noch nicht hops genommen. Habt einen schönen Tag. Tschau. Tschau.